Hier ist ein YouTube drin, jetzt gehauen wir auf den da. Einmal normales und einmal einfaches. Um in das obere Menü reinzukommen, also das ist mal kurz erklärt, das ist die Uhrzeit, das ist die Geschwindigkeit, die Motor, Hitze oder vielmehr die Temperatur und das ist ihr Drehsalmesser. Untertitelung des ZDF, 2020 Aktiviertelung Das war's für heute.